Partenza alle Hore 9.06, Prima Klasse, Settore B, Seconda Klasse, Settore C e D. Gleis 1, Einfahrt des Interregio nach Biasca, Artgoldau, Zug, Zürich, Hauptbahnhof, Abfahrt, 9.06 Uhr. 1. Klasse, Sektor B, 2. Klasse, Sektoren C und D. 2. Klasse, Sektor B, 3. Klasse, Settore B, 3. Klasse, Sektor B, 3. Klasse, Sektoren C und D. Untertitelung des ZDF, 2020